Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortex Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen, die sie special machen. Und jetzt Charisma. Was soll das sein? Im Gegensatz zum sauberen und friedlichen Amerika von einst ist das Ödland ein heimtückischer Ort voll abstoßender Gestalten und ohne Moral. Das Vertrauen ihrer Mitmenschen zu gewinnen ist überlebenswichtig und wird häufig unterschätzt. Sie beweisen ihre Vertrauenswürdigkeit durch den fairen Tausch von Gegenständen. Ein hohes Charisma dreht so manchen Handel zu ihren Gunsten. Aber jetzt nicht gierig werden. Nutzen sie ihr charismatisches Wesen, um knifflige Situationen zu lösen. Freunde zu haben ist immer viel wert. Wie finde ich denn Freunde, werden sie sich fragen. Ein spontaner Cocktail kann beim Knüpfen sozialer Kontakte helfen. Charisma hilft zwar dabei, Suchtgefahren aus dem Weg zu gehen. Aber die Wirkung von Alkohol mildert es nicht. Also trinken sie maßvoll. Sonst erfahren sie auf die harte Tour, wer ihre echten Freunde sind. Sie werden sehen, dass sich selbst Tiere von ihrem Charisma beeindrucken lassen. Da haben sie wohl einen neuen Kumpel gefunden. Oho, immer mit der Ruhe großer. Sie sehen also, der charismatische Ansatz bedeutet mehr als nur gute Manieren. Arbeiten sie mit dem besten Freund des Menschen. Mit loyalerem Begleitung. Überzeugen sie andere das zu tun, was sie wollen. Lesen sie aufmerksam ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen sie, was sie special macht?